Wenn du es anders warst von den Städten oder von den Däufen, würde man sagen, das ist völlig erschörend. Da ist einfach Lebensqualität. Die anderen zahlen viel an und wir leben da. Wenn du hier sein kannst, ist das nicht so ein schlechter Arbeitsplatz. Aber es war einfach schwer, dass ich hier geboren bin. Man kann nicht genug schwärmen von der Schönheit, die man hier oben erleben kann. Es ist ja ein Treffer, wenn du mal in der Schweiz auf die Welt kommst. Und in dieser Schweiz gibt es noch Kultur, es gibt noch Heimatgefühle. Was fehlt in der Schweiz? Es ist schwierig zu sagen. Wir haben alles in der Schweiz. Zwei Stunden. Das ist an einem völlig anderen Ort, wo man aus einer Sprache oder einem Dialekt spricht. Da finde ich, es geht. Ein typisch Schweizer. Ich weiss nicht, wo. Die vier Sprachen gehören zu der Schweiz. Hier sind wir in der Schweiz. Hier sind wir in der Schweiz. Eine Diversität extraordinaire. Es ist immer ein Bubenträume, wo wir in Moskau-Schweizer werden. Auch als Bodenständig vielleicht. Auch als normal geblieben. Ja, ich meine. Ich bin es nicht immer so großartig. Ich bin es. Kann das tun, wie ich es nicht machen kann? Ja, ich bin es. Es ist ein bisschen wertvoll. Ja, ich kann das nicht gut machen. Ja. Vielen Dank.